Yali und die Fünf Yali ist jetzt seit fünf Wochen in der Schule. Er weiß, dass die Fünf eine magische Zahl ist. Jede Hand hat fünf Finger. Jeder Fuß hat fünf Zehen. Fünf und fünf ergibt zehn. Auch in einer Strichliste kann man die fünf sofort erkennen. Sie sieht ganz anders aus als der Rest. Auch Yalis Familie hat fünf Familienmitglieder. Yali, Alusche, Temok, außerdem der Menschenpapa Sessa und die Menschenmama Tabea. Drei Hunde und zwei Menschen. Sie kommen alle aus Mexiko und aus Deutschland. In der Klasse 1a gibt es fünf Jungs, die Yali ganz besonders nett findet. Pablo, Luca, Jan, Sebastian und Bernardo. Die fünf Kinder lesen sehr gern. Besonders Pablo. Er ist die Leseratte der 1a. Yali liest aber auch gerne. Die fünf Jungs sind im blauen und im schwarzen Team und sie sammeln jeden Tag Sterne. Wenn sie zehn Sterne gesammelt haben, machen sie etwas ganz Besonderes. Zehn Sterne sind zweimal fünf Sterne. Ich bin der